so heute haben wir den zweiten dezember und hallo heute haben wir auch den ersten advent also sonntag den zweiten dezember und habt ihr schon türchen nummer zwei entdeckt ich habe schon entdeckt so gestern hatten wir türchen nummer eins ich kann euch hier noch mal zeigen welche hier drin war und so welche karten und zwar hier gregoritsch und parbad die waren gestern drin so heute kommt türchen nummer zwei das haben wir hier und wir öffnen es und wir haben wieder zwei karten und diesmal einen nürnberger und zwar tim leibold als bundesliga moment da hätten sie können ruhig mal drauf schreiben was für ein moment also was für ein bundesliga moment er da hatte also nur hier bundesliga moment drauf schreiben keine ahnung warum wieso warum hat er diese karte ist ja also ich finde sie schon nicht schlecht aber man hätte können doch dabei schreiben warum welcher bundesliga moment er da hatte dann haben wir einen schalter und zwar salif sané abwehrspieler so haben wir eine abwehrstärke von 76 so von hinten sehen sie dann so aus müsste ich kennen so das war dann türchen nummer zwei am 2 dezember morgen kommt türchen nummer drei ihr könnt es ja schon mal suchen und in die kommentare schreiben wo es ist und dann sage ich mal bis morgen und ciao